So, 89. Noch einer mehr, das war ein Geburtsjahr. Ach, Vorratslager. Weniger Alkohol kann helfen, glaub mir. Alkohol ist keine Lösung, aber ich verstehe dich schon. Kein Alkohol ist nämlich auch keine Lösung. Beziehungsweise Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destillat. Obwohl Alkohol auch gerne als Lösungsmittel verwendet wird. Also, Halbwahrheit, Halbwahrheit. Oh, do, 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 jetzt werde ich schon angegriffen hier. Wir kommen dazu. Jetzt wird zurückgeschossen. Das lasst ihr euch nicht bieten. Wir haben sogar Kampfbonus, ein kleines Zirkel, mein. Komm ich auch, ich komm auch hier durch. Dann hau ich mich hier durch. Das ist mir lieber. Hackt euch durch. Hackt euch durch. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen, euren Wunsch. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. So, Stück für Stück arbeitet man sich vor. Allzeit bereit. Womit kann ich dienen, wenn wir ja... Ihr könnt jetzt schon durch? Sehr schön. Guck, guck. Ich würde sagen, wir stimmen es mit dem Mauern. Sogar ein paar Mönche dabei. Weil das Problem ist, am liebsten würde ich ja auch sagen, wir machen ein Stronghold Crusader Kreuzzugmarsch auf sehr schwer. Aber das Problem daran ist, man kann ja keine Schwierigkeitsgrad einstellen. Der Kreuzzugmarsch ist immer gleich schwer. Aber wie gesagt, so mit den gemotteten KIs, die mehr für die Karten angepasst sind, ist das quasi ein Schwierigkeitsgrad drüber. Wenn man es mal so in Schwierigkeitsgraden einstufen könnte. Das ist, denke ich mal, auch was. Um das, um nochmal kurz so eine Erklärung abgeliefert zu haben. Hmm. Es sei denn, wir machen auch noch die normale Crusader-Kampagne. Die historischen auch nochmal auch sehr schwer. Das wäre vielleicht auch nochmal Rückhand zu behalten für irgendwann. Aber ich finde, die historischen Kampagnen sind nicht das, was Crusader ausmacht. Was Kampagne angeht. Spiel ist Stronghold 1. Was Gämmisches angeht, spiele Crusader. Wir haben die Burg eingenommen, mein Lord. Ah, ich verstehe. Ja, bitte? Das war die... Ein weiter Weg. Jetzt haben wir die ganzen Gegner hier vernichtet. Das bedeutet, jetzt ist wieder schöne Musik da. Achtung! Ich bin zur Stelle! Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Hm. Ich kann mal wieder auf 60 gehen. Ihr könnt auf uns zählen. Achtung! So, irgendwann wird noch der letzte Angriff kommen. Ihr könnt auf uns zählen. Kommen wir mal mit einer Riesenarmee-Lanzenträger entgegen. Pieksen sie alle weg. Es werden Rekruten benötigt, Seier. Sie sind Grund und Boden gepikst. Bin zur Stelle! Ihr könnt auf uns zählen. Okay, gehen wir mal auf 90. Bin zur Stelle! Bin zur Stelle! Man merkt es halt einfach bei Missionen, bei denen man tatsächlich auch einen Gegner hat, dass Stronghold 1 einfach noch zu langsam ist. Bin zur Stelle! Wenn ich eine Gegnerburg vor mir habe, dann bin ich immer noch so Crusader gewohnt, von wegen, dass die Leute schnell kommen, dass man schnell eine Truppenarmee ausheben kann. Stronghold 1 ist einfach nicht auf Skirmisch-Gefechte. Aber sagen wir es mal so, wirklich auf Gefechte von Burg gegen Burg ist Stronghold 1 nicht so wirklich ausgelegt, weil es einfach noch zu langsam ist dafür. Da merkt man einfach bei Crusader, dass es viel mehr darauf gedacht ist, dass man sich gegenseitig mit Burgen bekämpft. Hier ist es einfach so, hier liegt der Hauptaugenmerk, also hier bei Stronghold 1, liegt der Augenmerk eher beim Aufbau und irgendwann bei der Verteidigung der Burg. Aber wir selten, dass man... Stronghold 1 ist nicht dafür gemacht, dass man eine Burg hat und mit dieser Burg eine andere Burg angreift, sondern eher, dass man eine Burg aufbaut und verteidigt. Oder man hat eben gescriptet eine Armee, mit der man eine andere Burg angreift. Ihr könnt auf uns zählen. Hmm. Bin zur Stelle. Gefahr, mein Lord. Ein gewaltiges Heer der Schlange wird bald hier ein... Ist aber noch nicht das Letzte. Das ist nicht der Allerletzte. Ihr könnt auf uns zählen. Ne, 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 sagt mal, Leute. Und weiter. Sagt mal, Leute, Leute. Hm? Na. Eher mich auch. Mach ganz viele. Kevin Scheffel-Style. Die Truppen der Schlange greifen an. Da geht noch viel mehr. Aber sehr viel mehr geht dann auch nicht mehr. So, dann zeig dich mal. Beim letzten Gefecht, bei der letzten Schlacht will ich da mit ganz vielen Lanzenträgern raus. Und auf die Finger klopfen. Komme ich da einfach entgegen. Obwohl, hm, das Problem ist, wenn die Truppen kommen... Na, ich müsste beim Sammelpunkt einfach warten. Und die ganzen Truppen abfangen. Vorratslager hat Probleme mit Mehl. Eieiei, haben wir da viel. Wir haben so wenig Bäckereien, wie es aussieht. Bin zur Stelle. Es werden Waffen über uns zählen. Die Lanzenträger decken wieder die ganzen Fallen auf. Ihr macht euch mal bereit für einen Ausfall. Wenn dann die Ritter kommen. Die Ritter möchte ich im Nahkampf bezwingen. Alte Tradition. Womit kann ich dienen? Achtung! Mein Herr! Vorwärts! Eure Befehle! Hm, pekinieren. Den... Schwertkämpfer. Das könnte interessant werden. Ich glaube, bevor ich es riskiere, mich mit denen hier anzulegen, dass die auf meine Holzsachen einkloppen, kommt lieber raus. Gehen wir mal auf 60 für den Kampf. Wir röcken aus. Und weiter. Sehr wohl, meiner. Macht doch mal die Hütte auf. Wir röcken aus. Und lasst sie bitte offen. Wohin gehen wir? Und weiter. Ja, ich hoffe mal da hinten können wir noch verteidigen. Dann wären wir erstmal hier ab. Und Angriff. Pech anzünden und... Wird schon noch so klappen. Mönche, zeigt mal was ihr könnt. Body Slam. Bogenschützen bereit mit Gott. Ich habe meinen Bogenschützen aber ohne Gott bestellt. Das ist wie mit einem Döner mit Schaf oder ohne. Macht sie tot. Zeigt ihnen eure Lanze. Zeigt ihnen, wie spitze ihr seid. Mönche, sind eh keine Bedrohung jetzt durch unseren Pfeilhagel. Mein Bogen ist euer. Bin zur Stelle. Ihr darf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, sei. Uiuiui, da kommt aber echt was an. Womit kann ich dienen? Und weiter. Sehr wohl, meiner. Und mal gegen die Pekinierer und die Schwertkämpfer. Verliehen wir schon fast alle Lanzentricker hier bei dem Kampf. Oh, nicht ja, wurde. Zah. Watsch. Kulung, no, wäschi. Das ist ja Wahnsinn. Dann sind die Bogenschützen sogar noch da. Die wollen gar nicht kommen, oder? Da war doch mal ein Trick. Ich habe ihn gehört. Irgendwo, irgendwo, irgendwo gehört. Guckuck. Wollt ihr auch mal reinschauen? Genau, jetzt funktioniert es. Gut, dann mache ich mal wieder zu. Nein. Planänderung. Nein. So. Ja. Ach man. Genau dieses Mu geht mir auch durch den Kopf. Jetzt bin ich mit nem Mü. Ihr könnt auf uns zählen. Ich hätte nämlich gerne wieder Musik. Jetzt kriege ich halt die Bogenschützen dann wieder. Alles hat seine Nachteile. Wir machen mal so. Und los. Ja, bitte. Ah, das funktioniert doch wieder. Achso, so funktioniert das also mit den Treppen. Einfach wenn man das drin platziert, dann werden tatsächlich automatisch schon Treppen da wieder gemacht irgendwie. Also, es ist seltsam. Ja, rücken aus. Durchaus. Muss ich gestehen. Nicht ihr schon, bitte. Boah. Wohin gehen wir? Boah. Boah. Sind auf dem Weg. Boah. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Die Waffenkammer ist voll. Bin zur Stelle. Und speichern wir nochmal die Kreutzzüge. Oh, machen wir mal auf Tempo. Temposaft. Darf ich die Pyramiden kaputt machen? Darf ich, darf ich nicht. Darf ich nicht. Pff. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten. Es ist klar, dass ich etwas dagegen habe. Womit kann ich dienen? Wenn man jetzt. Wenn man jetzt irgendeinen Turm binden. Ja, wenn man jetzt hingeht und einfach mal zum Campen irgendeinen Turm aufstellt. Vollkommen verständlich, finde ich. Dass man jetzt nicht vorm Wegweiser einfach einen Turm aufstellt und alle Gegner wegmetzelt, die kommen und einfach sagt, jetzt habe ich gewonnen. Ist mir scheißegal, wie stark der Angriff ist. Ihr könnt auf uns zählen. Aber wenn, dann schon so ein Arztturm. Vor allem die Gegner können ja drauf auf die Pyramiden. Aber das ist jetzt irgendwie verlockend, muss ich sagen. Dann wollen wir mal auf die Pyramiden zu steigen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, seien. Achtung! Jetzt nicht auf die. Aber die hier. Bin zur Stelle. Ja. Der Pharma, mein Gott. Ein gewaltiges Heer der Schlange wird bald hier eintreffen. Ist das der letzte Angriff? Wahrscheinlich. Ja, bitte? Ist das der letzte Angriff? Ein weiter Weg. Ah ja, verstehe. Dann kommt mal alle raus. Jetzt schlagen wir da draußen unser letztes Gefecht. Wohin gehen wir? Unser letzter Gefecht. Ihr könnt auf uns zählen. Oder ist das? Es ist nicht der letzte. Bin mir unsicher. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt, seien. Allzeit bereit. Ich weiß es nicht. Ein weiter Weg. Ihr könnt auf uns zählen. Achtung! Die Truppen der Schlange greifen an. Es ist nicht der letzte. Nee, es ist nicht der Le... Aber bis ich... Nee, nee, er klappt jetzt hier. Er kämpft hier jetzt. Punkt. Und was ich aber eben noch schnell machen kann... Oh Gott, ich geh mal ganz runter. Ich möchte nämlich eben schnell noch was tun. Und zwar... Fallen vorbereiten. Wenn schon, dann richtig Finale. Ich gucke gleich hoch, keine Sorge. Aber so viel wird jetzt nicht passiert sein in der Zwischenzeit, denke ich mal. Hier kommen jetzt mal alle hier vor. Ich glaube, das ist schon etwas interessanter, weil die Lanzenträger kommen meistens nicht so weit vor. Die Rollstuhlräte sind zu knapp, Seier. So, jetzt. Alle mal da hoch. Und ihr schaut, dass dir nichts passiert. Ihr bleibt ja auch mit auf der Pyramide und bleibt mal auf Abruf. Die Leichtgepanzerzüle dürften wir, glaube ich, sogar noch ziemlich gut kriegen können. Los, meine Pyramiden schützen! Wollte gerade sagen, macht ihr mal was. Na also. Ich möchte gerade, dass die auch besser stehen könnten. Egal. Man muss ja nicht auf alles stehen. Voll wie die Ameisen, so vom Hügel runter. Ja, man kommt auch nicht überall drauf. Meine Pyramidenfestung. Das ist meine. Ihr könnt uns zählen. Ihr könnt uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein. Mein Herr. Ja, ein bisschen mehr als jetzt die anzukratzen, kriege ich hier nicht hin. Aber ich habe sie zumindest ein bisschen angekratzt. Und hier von den Lanzensriegern kommt jetzt auch nicht viel an. Aber es kommt dann gleich noch ein Angriff. Ich weiß, ob es Sinn macht. Oder ist das jetzt doch schon die letzte Schlacht? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich zählen die schon das mit der Zeit bis zur letzten Schlacht. Die kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ja, okay. Dann kommt doch noch ein Angriff. Okay. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Rekruten benötigt sein. Oh, der hat keinen Bock mehr, dass ich sie jetzt kaputt gemacht habe. Hier sind alle ein bisschen verletzt, aber das war's. Also was Burgenschüsse angeht, halten die Schwertkämpfe unglaublich viel aus. Aber sobald es darum geht hier, was Armbrüschüsse angeht, dann gehen sie so schnell hops. Pekinieren gehen ein kurzes Stück besser durch Burgenschüsse kaputt. Aber dafür sind sie auch schneller. Die Truppen der Ratte greifen an. Das sind echt nur ein paar, oder? Oh. Man merkt's vom Kampfboden. Die Ratte hat Ritter geschickt. Okay. Dafür hat er die Schlange. Diesmal keine Ritter dabei, oder? Doch, hat sie auch. Böse. Das ist aber im Übrigen eine gute Möglichkeit, wie ich schon fast wäre. Das ist ja genau einfach mehrere Angriffe. Wenn man einfach mehrere Angriffe macht, anstatt jetzt einen Angriff mit 300 Truppen, macht man zum Beispiel fünf Angriffe dann mit 60 Truppen. Damit kann man diese Wellenangriffe ein bisschen... Woher sind die dann? Ich glaube schon... Wird es dann mit den Wellenangriffen besser, wenn dann einfach die verschiedenen Angriffstrupps... Ich glaube, das macht keinen Unterschied, oder? Weil wenn... Wenn der Gegner mehr Truppen hat, sind seine Wellen auch größer? Ne, doch. Nicht mal wirklich. Ich glaube, es ist tatsächlich besser, statt 300 Leute beispielsweise einfach fünf Armeen zu schicken. Mit... Mit jeweils 60. Zum Beispiel. Und dann dürfte der Angriff, der insgesamt auf die Burg prasselt, auf jeden Fall größer sein. Wenn schon Wellen. Man könnte echt mal einen Angriff machen mit allen vier Gegnern. Ratteschlange, Schwein, Wolf, die gleichzeitig angreifen. Das wäre auch übel. Die sind ja auch untereinander verbündet. Die greifen sich untereinander nicht an, die Truppen. Wohin gehen wir? Aber irgendwie hat's der Lancelot mit Schlange und Ratte. Sticht so langsam hervor. Hm. So, muss erst mal was trinken. Irgendwie macht mein Hals gerade so. Sehr komische Sachen mit mir. Hm. Oh, da könnte ich eigentlich schon fast wieder mal meine Lanzenträger rausschicken. Wo es noch nicht mal so nötig ist, wie ich finde es geht. Hört man die sehr... Außer man hat eben kein... Das Lustige ist, sobald dann das Tor aus offen ist, dann kommt die ganze KI mit allem, was er hat. Schon fast, das ist... Eigentlich sollte man echt hergehen. Eigentlich sollte ich echt, um meinen Spielspaß so zu erhöhen, einfach mal hergehen und sagen, wir machen jetzt das hier. Wir machen jetzt hier auf und machen das Tor aus wieder hin. Boah, mein Hals, was ist denn los? Weil sobald mal eingerannt ist... Komm, ich lasse das Tor aus gleich offen, scheiß drauf. Dann kommt der Gegner mit allem, was er hat, gleichzeitig. Und sowas hätte ich eigentlich gerne. Wisst ihr was? Ihr fangt die Bogenschützen hier ab. Oh, sie wehren sich. Shit. Jetzt muss ich aber aufpassen hier, bevor die mich noch töten. Haltet mal die Eingstelle, ihr geht mal den Göttern entgegen. Wir machen nicht hier noch... Obwohl, ich glaube, ich mache die ja tot. Ein leichtes ist das. Hm. Geh, schafft. So, jetzt folgen wir die Mönche. Sie sind zu dick, um wegzurennen. Ihr könnt auf uns zählen. Es werden Waffen benötigt, seier. Noch ein paar Ritter auf dem Weg. Ne, im Nahkampf wird man... Ich wollte schon jetzt gerade sagen, schicke ich meine Bogenschützen in den Nahkampf, aber das wird man nicht packen. Ritter halten auch nicht so mega viele Bogenschütze aus, also jetzt geht's. Aber wir gehen trotzdem relativ schnell tot. Womit kann ich die... Bereits, eure Lordschaft. Nennt mit euren Wunsch. Schicke mal Wumalmes raus, was wir haben. Ja, bitte, was wird etwas schwierig. Ihr könnt auf uns zählen. Die Ritter können mich eh nicht töten. Das Ding ist gewonnen. Jetzt, jetzt schicke ich auch meine Nahkämpfer in den Fernkampf. Was? Gut, wenn sie Steine werfen würden, okay. Tschüss. Hab ich gewonnen. Bin ich jetzt toll. Mhm. Komm, macht mal alle auf den Ritter gleichzeitig. Hm, na gut. Die Ritter halten doch... Die halten etwa... Mein Bogen ist euer. Uh, die halten auch gut 150 Schüsse oder so aus mit dem Bogen, wenn ich mir so angucke. Gut, ein paar Schüsse gehen daneben. Sagen wir mal so um die 100. Halten sie bestimmt aus. Ja, okay. Dann geht das mit Ritter und Bogenschüssen tatsächlich. Aber bei Armbrüsten sind sie sehr schnell tot. Wenn sie mal getroffen werden. Dafür sind sie halt verflixt schnell. Also 50 Ritter würden trotzdem weiterkommen als 50 Schwertkämpfer. An die Burg ran. Na gut, irgendwie selbstverständlich. Aber gut. Sehr schön. Die Kreuzzüge wären auch erledigt.